Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, heute Video mit Fressecam ist auch eine schwierige Kiste, ich weiß selber noch nicht genau, wie ich es machen soll. Ich mache erstmal die Kamera ein bisschen kleiner, dass ihr das schon mal nicht mehr tragen müsst. So, die Sache ist die, ich zeige mal kurz eine Internetseite, halt, mit der Maus nicht weglaufen, Diego. Ja, natürlich. So, das kennt ihr, eventuell, hoffe ich zumindest. Das ist das, ja, Strohbergungs-Ad-On, wie auch immer. Das ist hier von Aerosoft, ne, ist fast mein Nachbar hier. Ich war sogar schon mal bei denen, da war aber mein Kumpel hat da, also der hat da Untermiete gehabt und die hatten oben einen großen Konferenzraum. Und ich war da mal da wegen einer Homepage, die wollten wir wieder besprechen und mein anderer Kumpel, der Percy, also nicht den Percy, den ihr kennt, sondern mein Percy, den ich kenne halt. Der hat da damals gearbeitet, der arbeitet auch nicht mehr bei Stöpsel. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall war ich schon mal bei Aerosoft, hab da im Konferenzraum gesessen. Aber so kenne ich die nicht, ne. Also ich habe da so keinen Bezug zu den Leuten von Aerosoft. Nur wie gesagt, ihr kennt auf jeden Fall das Strohbergungs-Ad-On. So, ich habe jetzt gesagt, das ist eine Mod, ich bin Punker, da zahle ich kein Geld für. Es sei denn, ich kriege das Ding geschenkt oder es wird gecrackt. So, jetzt haben wir die gar keinem Lampfen. Also, erstmal haben Teammates versucht, mir das Ding zu schenken. Das war so, das meinte ich nicht mit geschenkt. Ich meine, dass die Jungs von Aerosoft oder, das sind ja nicht nur Aerosoft, da ist ja noch einer. Ich weiß gar nicht, wer damit noch mit beihängt. Dass die mir das schenken, ja, dann hätte ich es genommen. Und mit Crack dachte ich auch eher so, dass man da auf irgendwelchen ganz schlimmen Seiten so suchen muss. Und mit, boah, ne. Ja, gestern war es dann soweit. Ich habe, ähm, was habe ich denn gesucht? Ich habe gesucht, eine Mod, eine Mod, ach, einen Überladetrailer habe ich gesucht. Genau, einen Überladetrailer habe ich gesucht. Ihr habt das ja auch, ihr habt eure Seiten, wo ihr eure Mods ladet. Ich brauchte einen Überladetrailer. Ich habe geguckt, was gibt es so. Blinkt mich dieses, äh, Stroh-Out-On da an, ja. Nicht so, Jungs, ihr seid nicht ganz up-to-date, ja. Der Drops ist lange gelutscht. Man kann es mittlerweile schon länger kaufen jetzt, ne. Weil ich habe gedacht, unten steht dann der Link. Das war am Anfang auch auf einigen Seiten so. Dann kam man halt auf diese Seite, die ihr jetzt seht. Ähm, wenn man jetzt, äh, auf diesen Mod-Download-Seiten klickt, äh, bekommt man direkt das Ding. Ohne Kohle. Ja. Also wurde es gecrackt. Aber, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, ähm, so geht das nicht. Ja, also ich werde das Stroh-Erbergungs-Out-On jetzt trotzdem nicht spielen, ähm, weil das ist ja, ja, würde ich sagen, habe die Schnauze zuvor irgendwie zu große Klappe gehabt. Und nicht drüber nachgedacht, dass das in der heutigen Zeit einfach, äh, ein Hasenfurz wert ist, ob da irgendwelche Leute irgendwelche Rechte haben. Ich hätte es mir auch eigentlich gleich denken können, weil das ist ja auch mit der Grund, mit einem Grund, nicht der Grund, aber mit einem Grund, warum zum Beispiel Schlüter Fan aufgehört hat. Äh, die Rona, die war es einfach leid. Sie lädt irgendwas hoch, bups, ist es auf 10.000 Seiten und Giants macht nichts, ja. Ich habe so eine Krawatte auf Giants vorher schon gehabt und jetzt nochmal. Weil, ich meine, wie gesagt, ich kenne die Jungs, äh, von Aerosoft nicht, aber, ähm, gönnen tue ich denen das auch nicht. Ja, also, die haben da auch Geld reingesteckt und so weiter und so fort und ich meine, ist klar, wenn das Ding erstmal, äh, frei auf dem Markt verfügbar ist, wer kauft denn da noch für 20 Euro so ein Teil, ja. Und, wie gesagt, das, das Allerschlimmste ist diese Inkonsequenz bei Giants, ne. Giants hat das jahrelang schleifen lassen, ja, die haben immer gesagt, so, ja, bloß nichts gegen die Motta. Also, klar, die, ich sag mal, die richtig, äh, ganz bekannten Dinger, ne, der eine da aus Paderborn oder so, ja, ähm, der wird natürlich dann schon auf, auf dem Thron, auf Händen getragen und so. Und die anderen kleinen Modder, das ist mir so das Fußvolk, so, na, hm, da wird ein bisschen belächelt und, ja, ja, ne, ihr kleinen Fuscher da. Ähm, aber im Prinzip, äh, ist Giants glücklich, dass es sie gibt, die Großen und die Kleinen und sie wissen ganz genau, je mehr Mods, umso interessanter wird deren Spiel. Also, die Modder machen deren Game groß, ja, das wissen die und deswegen haben sie es schlüren lassen, die haben das laufen lassen und haben sich nicht drum gekümmert und jetzt haben wir die Kacke. Die Frage ist jetzt nur, was passiert jetzt? Raucht es jetzt endlich mal richtig, weil jetzt ja wirklich ein offensichtlicher finanzieller Schaden da entstanden ist? Wenn Rona über den Wupper geht, das interessiert ja keinen, das juckt ja nicht, ne? Es ist ja nur so ein Schmuddelmodder. Aber jetzt, äh, ist da eine Firma betroffen, jetzt, jetzt will ich mal wirklich wissen, raucht es jetzt endlich mal? Ja, weil, ähm, ich, ihr wisst ja, wir haben auch einen Anwalt bei uns im, im Team und ich hab mir wirklich die Giants AGBs vorlesen lassen. Das war zu einer fortgeschrittenen Stunde. Ich kann sein, dass ich da auch, teilweise hat der Controller das nicht ganz gepackt bei mir, äh, aber, ähm, der hat mir das vorgelesen und eigentlich darf mit Mods kein Geld verdient werden. Ähm, da ja auch meine Attitüde, dass ich gesagt hab, für den Strohbergungs-Seton zahle ich nix. So, das war, ne, ich bin halt Punker, ich bin halt so ein bisschen, ne? So, ähm, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass, dass die anderen kein Geld damit verdienen dürfen. Und Klicks ist auch eine Währung. Also Klicks, ich bin YouTuber, ja, ich weiß, was Klicks wert sind. Ja, Klick ist, ein Klick ist auch eine Währung. Und, ähm, Rona hat sich, ich weiß nicht, wie oft beschwert bei diversen, äh, Leuten, ich möchte jetzt nicht direkt Namen nennen, ähm, und die haben noch dick und fett das Giants-Logo auf ihrer Seite. Wir sind Partner. Oh, ja, tschakka. Und, äh, Rona hat x-mal mit denen gesprochen, hat gesagt, hört bitte auf, meine Sachen zu benutzen. Ich möchte das nicht. Ich hab meinen eigenen Download-Link. Der ist bei Mod Hoster. Und ich glaube, auch da ist Geld im Spiel. Aber das, also richtig, also, was wirklich den, den Boden aus dem Fass rausgehauen hat, war, als ich bei der, ähm, Farmcon war und wo der Typ uns präsentiert hat, dass man, wenn man, dass man Geld bekommt, wenn man Sachen im Motto, äh, nach Klicks, das wird bezahlt. Leute, das steht in euren AGBs, dass es nicht geht. Ja? Man darf es nicht. Aber ihr macht es selber und lasst es laufen. Und jetzt ist die Kacke am Dampfen, ja? Die Leute laden, die sind geil, alle klickgeil. Die wollen das alle auf ihrer Seite haben. Der eine klaut's bei dem, der andere klaut's bei dem. Ich hab heute nochmal geguckt, nach Arbeit. Ich hab extra bis nach Arbeit gewartet. Das Ding ist auf x Seiten da. Jeder, äh, präsentiert das Strobläck-Sanddown. Ja? Gut, jeder präsentiert auch die Modelle von Schlitterfällen. Nur, das interessiert ja wieder keinen, ne? Und, ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, was passiert, ne? Weil, ähm, jetzt ist ja wirklich eine Firma betroffen. Jetzt ist ein wirklich finanziell berechenbarer Schaden entstanden. Weil ich hatte das vorher auch mit Wolle. Wir hatten da auch überlegt, ähm, wenn man denn klagt, auf was kann man denn klagen? Man kann ja nur auf Schadensersatz klagen. Also man, man kann also nur die Daten vom Provider anfordern. Kann nur sagen, das Ding ist so und zu viel tausendmal runtergeladen worden. Ähm, dann ist eine, eine Summe x, ist mir entgangen, äh, durch, dadurch, dass die nicht bei mir geklickt haben. Und das wäre dann die Summe, auf die man verklagen könnte, ja? Aber jetzt kann man doch wirklich sagen, so, 20 Euro pro Klick sind uns weggegangen, ja? Und, ähm, also jetzt muss doch mal was passieren, ne? Und vor allen Dingen, ähm, möchte ich, dass Giants mal langsam was unternimmt, ja? Ja, weil, gut, ich mein, ich mein, ich hab das selber ja, ich hab ja schon ähnliche Videos gemacht, ich hab das ja mal vorgeschlagen, dass es am besten nur ein Mod-Hub gibt oder zwei Mod-Hubs. Und alles nur im Mod-Hub hochgeladen wird, weil nur Sachen, die Mod-Hub sind, werden in das Spiel implementiert. Also wenn's nicht im Mod-Hub ist, kann man nicht damit spielen, ne? Ja, das war mal so ein Gedanke, den ich gehabt hab, aber, ja, wie gesagt, ob ich mich jetzt hier aufrege oder ob in China ein Sack Reis umfällt, das ist ja alles eigentlich auch egal, ne? Nur, ähm, wie gesagt, das war gestern, Percy hat auch direkt so einen Halsen, ich hab das gesehen, ich hab sofort Percy angerufen, ich so, Percy, was ist das hier, ne? Percy, auch so eine Krawatte gehabt sofort. Ja, er sagt, er hat's auch schon gemeldet, aber, tja, die haben auch gesagt, ja, was, was sollen wir machen jetzt, ne? Und, ähm, das ist in meinen Augen, das ist nicht richtig und, äh, wie gesagt, ich hab in anderen Kommentaren auf meinen, auf ähnliche Videos, äh, von mir auch schon mal, äh, gehabt halt, dass die Leute auch sagen, das interessiert mich doch gar nicht. Ne? Ich, äh, ich arbeite zehn Stunden am Tag, äh, ich fahr noch eine Stunde bis nach Hause, dann bin ich elf Stunden unterwegs, dann mach ich die Kiste an, dann hab ich eine Internetseite, da guck ich, was an Mods ist und die lade ich mir runter und fertig. Das interessiert mich nicht, ob da jetzt irgendeiner einen Klick zu wenig gekriegt hat. Ja, okay, kann man so denken, ist vielleicht sehr egoistisch von den Leuten, aber, ähm, so ist es, ne? Ja, äh, ich, ich bin nach wie vor der felsenfeste Überzeugung, wenn Giants von Anfang an konsequent gewesen wäre und hätte von Anfang an gesagt, äh, wir dulden keine andere, ähm, Mod-Seite, außer die eine, die wir selber haben und basta, ne? Aber jetzt ist das Ding so ausgeufert und, äh, wie gesagt, wir verlieren schöne Art Ons, wir verlieren richtig geile Modder und, ähm, ja, das Fußfolgen bleibt erhalten. Das, das ist so breit, die Masse ist so breit, die kriegt man nicht totgekloppt, ne? Und natürlich, äh, die Leute, die es laden, die kriegt man auch nicht breitgekloppt, das sind auch so viele auf der ganzen Welt mittlerweile, äh, die sich diese Mods runterladen, die kriegt man auch nicht totgeschlagen, das sind einfach zu viele, ne? So, ja, also wie gesagt, es wird bei mir trotz alledem, obwohl ich gesagt habe, wenn ich's geschenkt, also ich will nichts von meinen Teammates geschenkt haben, ich hab genug Geld, ich kann mir das kaufen, wenn ich das haben möchte. Mir geht's ums Prinzip, ich gebe kein Geld für ne Mod aus, so. Jetzt ist es zwar gecrackt worden, ja, ich weiß, ich hab gesagt, wenn's gecrackt ist, spiel ich damit, aber da hab ich die Schnauze ein bisschen voll genommen, weil so geht's nicht, also so nicht. Ich hab jetzt so wirklich gedacht, man müsste da so, so halb ins Darknet rein, so, so hatte ich mir das vorgestellt, ja, und nicht einfach, ähm, ich suche einen Überladetrader, was ist das denn? Wo kommt das Ding denn her? So, so nicht, ne? So, ähm, ich hoffe, ihr habt mich noch lieb und ganz wichtig ist, dass ihr euch lieb habt. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf.